Für die Schweiz, Janik, top erfolgreich in diesem Jahr in Österreich, in Altenfelden, da gewann er den Marathon, war echt in der kombinierten Wertung auch der Sieger. Und bei der Royal Orsnow in Windsor, meine Damen und Herren, in Großbritannien, und Schloss Windsor dort im großen Schlosspark, all die Jahre wieder eine große internationale Show. Oh, da war Janik in diesem Jahr auch im Marathon Zweiter, das war die tolle Erfolge aus diesem Jahr. Sehr succesvolle Saison für Janik Scherer, das ist hier in der Marathon-Competition, er war auch der 2. Platz in Großbritannien, als die 3-Strike-Competition in Windsor dieses Jahr. Und auch sehr succesvolle Saison in Australien, Altenfelden, in die 3-Strike-Competition, er war der Winner in der Marathon, Janik Scherer aus der 3.